Dr. Andreas Kohl strahlt für mich Sicherheit und Souveränität aus und es ist genau das, was der Staat Österreich auch jetzt braucht. Ohne Andreas Kohl hätte es viele dieser sinnvollen, modernen Reformen in den letzten zwei Jahren nicht gegeben. Dafür bin ich ihm dankbar und daher werde ich ihn unterstützen, wo ich nur kann. Andreas Kohl ist ein Mann mit großer politischer Erfahrung, mit großem Wissen im Verfassungsrecht. Er ist der richtige Mann, um an der Spitze Österreichs zu stehen, weil er die Kraft mitbringt, die Erfahrung und die Ruhe. Ich kann nur eines sagen, Andreas Kohl in der Hofburg, das wäre ein Jackpot für Österreich.